Mit der G-Klasse bin ich seit 1977 verbunden. Ich kannte jede Schraube, jedes Teil mit dem Vornamen. Ich bin schätzungsweise eine Million Kilometer damit gefahren. Und insofern muss ich sagen, es gibt nichts Besseres. Von Beginn an war der erschöckelte Härtetest für die G-Klasse. Schöckel ist einfach ultimatives Testgelände. Die G-Klasse ist robust wie der G. Die Strecke ist, sage ich mal, immer gleich herausfordernd. Und damit können wir jedes Produkt einfach an die Grenze entwickeln. Im G-Klasse Experience Center wollen wir das auch jedermann zugänglich machen, der das haben will und der mal dieses Erlebnis haben will, quasi Schöckel bezwungen zu haben. Das G-Klasse Experience Center ist, finde ich, die perfekte Mischung. Man wird da super freundlich empfangen. Man hat die Einführung. Und dann geht es erst richtig los. Ja, schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn man da diese Schrägfahrten fährt, wo man ohne diese Anleitung bei Weitem nicht trauen würde, so etwas zu fahren. Und da in diesem sicheren Rahmen fühlt sich das unglaublich gut an. Das ist so viel Adrenalin. Das ist ein Gefühl, das kann man mit Worten nicht beschreiben. Das muss man erlebt haben. The G-Klasse find its feet on the Schöckel. And this is where it earned the Schöckel-Proved Quality Seal. Visit us at the G-Klasse Experience Center in Graz and become G-Proved. Und dann vai versuchen die Anbel in Graz und von der Schlten im Graz. Vielen Dank.